einmal ganz kurz reden wir mit unserer hallo ja du ich möchte ding mit euch tauschen gib alles hinrichtungskapuze kochmütze behalte das bitte alles ich möchte jetzt den helm wegnehmen das wirklich nicht ich möchte nicht mehr dass du den helm die ganze zeit aufsetzt das ist möglich das nervt mich mittlerweile serana der kleine bäcker endlich habe ich sie das hat wirklich lange gedauert los backe mir ein brot wirklich schön ausgezeichnet steht hier fantastisch ich liebe sie nicht nur wegen der mütse fach der kleine bäcker der kleine bäcker bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal